Ja, nochmal liebe Grüße, liebe Zuschauer, hier am Nachmittag vom Freitag, 7.8. Die Non-Farm-Payrolls hätten wir verdaut und so richtig Schwung ist hier nicht aufgekommen. Bis auf Gold und die Devisenmärkte, da gab es mal hier richtig starke Spins, aber aktuell auch schon wieder Reversal-Bewegungen und insofern wollen wir jetzt mal auf die Indizes gucken, die hier nicht so recht vom Fleck kommen, beziehungsweise auch im Minus verweilen. Und die heutige Headline heißt ja hier der S&P 500 an der Klippe. Das kann man vielseitig sehen, zum einen eben hier aus kurzfristiger Sicht, aber ich möchte hier heute mit dem großen Bild mal beginnen und hier speziell den Monatschart. Wir sehen hier den S&P 500 seit dem Millennium, seit dem Millennium hoch, seit dieser Top-Bildung hier, dieser großen Seitwärtsphase über mehrere Jahre hinweg. Eine kennelste Kerze hier, jeweils einen Handelsmonat. Hier dann die Finanzmarktkrise, wo wir sogar die Tiefs aus 2002 aus dem Markt nahmen und es hier förmlich crashartig zu drohen schien, dass der Markt hier in einem freien Fall nach unten überging. Bei 666 Punkten gab es dann aber hier den Turnaround im März 2009. Und seitdem haben wir hier eine sukzessive Aufwärtsbewegung, die sich hier insbesondere seit Sommer 2012 in diesem Aufwärtstrendkanal einfangen lässt. Und hierbei sehr schön zu sehen, dass wir hier entsprechende Auflagepunkte haben. Um genau zu sein, bislang 3 an der Zahl. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie ja aktuell, wir zoomen uns das mal ein Stück raus, dass wir hier aktuell wieder an dieser langfristigen Trendlinie notieren und dieser Monat hier durchaus entspannend wird im Zuge dessen, wie es hier wohl weitergeht. Interessant ist auch, dass wir hier eine Kanalprojektion durchführen konnten beim S&P 500, der jetzt hier praktisch oben auch eine Bestätigung erfahren hatte. Dann hier sogar noch mal eine, wenn auch nur knapp, aber das gilt als Bestätigung. Und hier oben letztlich großes Fragezeichen. Da ist nichts passiert hier oben. Da sehen Sie ganz deutlich, es gab hier keinen Punkt, keinen Punkt, wo es jetzt hier raufging bzw. dieser Trendlinie touchiert wurde. Das heißt, der Markt schwächte sich hier sukzessive ab, ohne innerhalb des Trendkanals hier ein signifikantes Hoch zu machen. Das Allzeit hoch 2134 Punkte, 35 rund zugegebenermaßen, wurde hier mal markiert und seitdem kommt der Index nicht so recht vom Fleck. Eine gewisse Abschwächung ist hier zu unterstellen. Und das jetzt hier, wie gesagt, im sehr, sehr großen Big Picture ist das durchaus eine sehr, sehr interessante Feststellung. Denn auch hier der Zuschauer der Vergangenheit weiß, der Monatszyklus, der 7-Jahreszyklus beim S&P 500 sagt schon seit Längerem eine Korrekturphase voraus. Das heißt, hier der grüne Linie ist jeweils der 7-Jahres-Abstand. Und die rote Linie, die Sie ja hier sehen, war immer ein markantes Hoch im Bereich des 7-Jahres-Abstands. Und wir sehen, dass wir hier aktuell von dem letzten zyklischen 7-Jahres-Punkt schon ein ganzes Stück weit weggelaufen sind. Und so eine Situation gab es hier im Jahr 2000. Nur umgekehrt, da gab es praktisch das Hoch vorher, bevor der 7-Jahres-Zyklus erreicht wurde. Hier, wie gesagt, jetzt schon eine extremere Ausdehnung. Und die Frage ist eben, ob der Index jetzt hier mal einen Rücksetzer vollzieht oder nicht. Sie sehen, ohnehin seit 2009 eine enorme Aufwertung. Hier insbesondere seit 2012 noch mal eine Beschleunigung. Und jetzt hier oben so eine kleine Bogen- oder Bodenbild, ich sage schon, eine Top-Bildung vielmehr. Das ist alles noch nicht ganz spruchreif, denn wenn der Index sich hier wieder fängt an der Linie und es mal schafft, dynamisch nach oben rauszuziehen, dann kann die Party hier richtig starten. Der Punkt ist eben nur der, gerade hier im Big Picture. Und vor dem Hintergrund, dass es Leitzinsanhebungen geben wird in den USA, kann es sein, dass der Markt hier doch schon verschnupft reagiert. Wir haben jetzt hier im Big Picture, wie gesagt, die Situation, dass er hier an der Klippe steht. Der Monat ist ganz jung, aber Ende August, spätestens Ende August, werden wir den Index hier in dieser Beschauung noch mal unter die Lupe nehmen. Entweder in der Sendung oder sogar in einem Webinar dazu. Und dann werden wir mal sehen, was der S&P 500 macht. Wie gesagt, hier sehr, sehr interessant. Es darf gesagt werden, wenn der Index hier das Niveau von 2039, das war das Tief von März 2015, also vom laufenden Handelsjahr, wenn wir dieses Niveau unterschreiten sollten, dann wäre die Gefahr gegeben, dass der Index hier weiter zurücksetzt und dann sogar hier das Level von 1870 Punkten ansteuert. Das wäre eine Minimalkorrektur im Ausdehnungsfall. Und das wäre hier nach technischer Analyse eine sehr, sehr klassische Pullback-Situation. Wenn der Index wirklich so eine starke Korrektur vollziehen sollte, dann wäre hier die Kaufgelegenheit des Jahrzehnts für den Fall, dass der Index tatsächlich bis zu diesem Niveau zurück korrigiert. Aber dazu müssen erst mal Verkaufssignale kommen. Die sind bislang nicht da. Wir toppen zwar hier oben ein Stück, die Luft ist mehr oder weniger raus, aber wenn der Index jetzt hier dynamisch abprallt und oberhalb von 2039 Punkten verweilt, insbesondere oberhalb auch von 2044, dem Tief aus dem letzten Monat, ist hier noch nichts angebrannt. Das heißt, der Index kann jederzeit wieder anziehen und hier die Trendbewegung fortsetzen nach oben. Das übergeordnete Bild wäre selbst mit dieser möglichen Korrektur hier nach unten immer noch bullisch. Also so ein Pullback wäre viel mehr Trend bestätigend, um mit einem langfristigen Bild dann die 3000 anzusteuern. Hier oben haben wir sie. Das Ganze kann sich natürlich auch innerhalb dieses Trendkanals hier sukzessive weiter fortsetzen. Bleibt spannend. Wir behalten den S&P 500 auf jeden Fall hier beim JFD Live Trading TV im Blick, sowohl kurzfristig, mittel und heute wie gesagt auch mal sehr, sehr langfristig. Und der Index steht eben nunmehr hier an der Klippe und der laufende Handelsmonat dürfte entscheiden, wie die Reise weitergeht. In der nächsten Woche schauen wir wieder mal kurzfristiger auf den Markt, auf den S&P 500. Der DAX wird ja heute auch wohl bekanntlich im Minus wohl verbleiben. Also hierweit alles nicht ganz so dynamisch, wie man sich das vorgestellt hat. Aber somit bleibt der August noch weiter spannend. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein angenehmes Wochenende, reichlich Sonnenschein, viel Getränke und vor allen Dingen eine gute Zeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020